Moin Moin Freunde, hier ist der Bambam und hier ist die nächste Doppelfolge World of Tanks, jetzt habe ich ganz gewusst, wie ich anfingen soll, Stahlwand und ihr wisst, was in Stahlwand abgeht, da spielt die Panzerung die Rolle und in der ersten Runde sind wir tatsächlich auf Tier 2 unterwegs. Mit dem Hotchkiss H35, leichter Panzer der Franzosen, Tierstufe 2 wie gesagt, 1934 entwickelt dieses Fahrzeug, gab es also tatsächlich und so ca. 400 Stück sind gebautgehend von dem Ding. Alkoholiker 0815 nimmt uns mit in Himmelsdorf und es ist auch noch, ihr seht es, ein bisschen älteres Gefecht, weil hier gibt es noch nicht mit N die Missionen, die man sich anzeigen lassen kann, also schon ein bisschen länger her, aber ich sage euch ja immer, bei mir geht nichts verloren. Und wenn das Motto mal wieder dran ist, dann ist es auch so, dass auch mal ältere Dinger noch kommen. 37 mm Kanone hat er hier drauf, mit 34 Durchschlag bei 40 Schaden und hier haben wir 67 Durchschlag mit APCA auch bei 40 Schaden und dann hat er noch 15 HE-Granaten dabei. Ansonsten das normale Zubehör, ich sage jetzt mal für diese Tierstufe, für solche Panzer. Der Reload liegt wohl irgendwo um die 2 Sekunden von dem Ding und er kommt aber auf jeden Fall unter 2 Sekunden, wenn er die Besatzung ein bisschen gepusht. Panzerungstechnisch haben wir rundherum 40 mm und das Ding hat 82 PS und ist 27 kmh schnell. Wir sind also hier Top-Tier in einem 2er-1er-Gefecht, um Gottes Willen, auf der Karte Himmelsdorf. Ich gucke nochmal eben auch schnell durch, ob ich jemanden kenne im Vorfeld, aber ich glaube nicht. Ach, der Erwin Rommelmaß, oh je, der Leichttraktor, okay. Ich würde sagen, wir lassen einfach mal laufen und hallo Mama, wie es hier zu einer, ja, Abwehrschlacht, Schlacht der Panzerung kommt in der Runde hier. Alkoholiker 0815 hat mir schon ein paar Videos mit mir auf dem Kanal gehabt, aber das waren in erster Linie alles Artillerie-Videos. Da ist schon der Erwin Rommel, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind die Richtigen, das sind die Richtigen. Gucken euch mal diesen Depp an. Aber der gute, ähm, Alkoholiker, ja, lässt sich davon nicht beeindrucken. Und so ist das auch richtig. Man sollte auf solche Leute dann keine Rücksicht nehmen. Der fährt auch doch wie ein Irrer durch die Gegend. Ich bin mal gespannt, wie lange er überlebt. Der ja wie ein Rommel. Und es geht nach vorne mit dem Hodgkis. Immer nur nach vorne. Gucken wir mal, was die Panzerung so alles abkann. In der zweiten Runde im Übrigen IS-7 Tier 10. Das krasse Gegenteil. Schauen wir uns mal an. Ich bin mal an. Ich bin mal an. Ich bin mal an. Super. Erstackeil. 90 haben wir schon abgewehrt. steht 2 1 und es geht weiter und jetzt geht es noch mal eh leck gucken wir so ne auf die, auf die Panzerhofen hohohohoho das gibt's doch gar nicht gucken wir nicht das so an Jetzt hat ihn der eigene Mann in den Ricken geschossen. Oh ne. Ich dachte schon, es wäre der eigene gewesen. Oh Gott. Schön. Und weiter geht's. 1200 schon abgewehrt. Das schafft manch einer nicht im 10er. Oh, leck mich am Arsch. Der Turm trägt so langsam. Das ist die Scheiße. Weil es geht auch. 1600 abgewehrt. Unglaublich. Die treffen immer nur die Ketten. 8-6. Guck dir das an. 2000 abgewehrt. Voll. So, R-35. Jetzt gehen wir mal ins Eingemachte, mein Freund. 10-6 stehtet. Und der Kamerad hier, der verzweifelt. Und jetzt mit APCA. Hule, hule, Wrackverhau. Abwechslung, Abwechslung, Umpa, Steser. Sah nicht nur. 2200 abgewehrt. Er bleibt bei APCA, wie es scheint. Ein kleiner Bug da ohne. Beim Reload. Sehen wir das? Ist ja verhängig geblieben da ohne. 12-9 steht. Können wir die Kriegermedaille noch? Mal schon, oder? Ab ins Cap. Da kommen sie schon. Da kommen sie schon. Und das müsste zu sind. Schön. Sechster Kill. 2300 abgewehrt. Oh, Schade. Den hätte ich ja noch gerne mit Kuppel, den Don. Aber hier. Hat der die Schlachtergasse dominiert, Leute. Leg mich am Arsch. Ich konnte gar nichts sagen. So ist das jetzt der Abgang in der Schlachtergasse. Müssen wir uns das Panzer mal anlöten. Sieht man davon noch was? Der Unne. Der Hansen die ganze Zeit versucht, der Unne rin zu ballern. Guckt euch das mal an. Leg mich eh noch am Arsch. Und hin hat er eh nur eh nicht erwischt. Irgendwo von dem T3. Gut. Der T3 hat natürlich einen schönen Bums, der Jagdpanzer. Aber ansonsten, die sind ja hier verzweifelt an ihm. Da oben am Turm. Unglaublich. Geil gespielt. 2300 Schaden abgewehrt. Auf Tier 2. Das Muschale ist wohl hinkriegen. Wir gehen mal in die Auswertung. Und dann in Runde 2. Oh, da haben wir sie. Die Auswertung. Vom Alkoholiker 0815. Das ist nur ein erstes Gläschen am Schluss. Also das ist schon ein bisschen schwach. Ich hätte doch schon gedacht, dass das doch ein Esschen wäre. Ein Panzer-Esschen. Mit einer Kriegermedalde. Mit 6 Kills. Stahlwand. Spartaner. Spartaner. Nerven aus Stahl. 2300 abgewehrt. 659 Damage selber gemacht. Auf Tier 2. So viel abgewehrt. Und 6 Kills gemacht. Und dafür kriegt er nur eine erste Klasse. Das ist schon stramm. Also dann gibt es hier wirklich Cracks, die mit dem Fahrzeug hier die Wahnsinn regeln. Unglaublich. 29 Mal geschoss. 25 Treffer. 20 Durchschläge. Der Rest haben wir hier eigentlich schon besprochen. Das Match war nur knapp 5 Minuten beendet. Tagessieg. Ach, ingetütet. Und am Ende auch ein bisschen Gewinn gemacht. So muss es sein. Team-Score. 861 Erfahrungspunkte gemacht. Platz 1. Schaden. 659. Und gucken mal, was die anderen hier so an Schaden gemacht haben. Guckt euch das mal an. Und dann gibt es hier vier Kenas. Das ist schon Hammer. Das ist Hammer. Den muss ich mir immer noch mal kaufeln. Das muss ich aber probieren. Das gibt es doch gar nicht. Der Oberst Sasse. Ach, geil. Der Oberst Sasse. Und der Berserkus. Gut, dann Super Cooper. Gut, dann ist es natürlich schwierig. Das Match zu gewinnen, wenn der Oberst Sasse nix trifft. Das ist natürlich schwierig. So, wen hat er dann hier dabei? Ah, okay. Oh, der Erwin Romel. Stimmt ja. Der Erwin Romel. Und auf dem Gegnerteam der Oberst Sasse. Die zwei haben sich bestimmt ausgetauscht. Der hat 37 Schaden gemacht. Der hat 73. Passt doch. Unglaublich. Siehlinger. Big, big tank. Dann muss ich aber an einem Fahrzeug fahren. Das passt hier jetzt gerade nicht. Mein Jung. Mein Jung. Okay, ich bedanke mich für die Hotchkiss H35 Runde im Stahlwand Modus. Unglaublich. Tier 2 Panzer. Und wir gehen jetzt in die Runde 2 und erfahren wir IS-7. Viel Spaß. Wollmetschen Eisner. Na, hier sind wir in Runde 2. Wie gesagt, IS-7. Gespielt von The Tank 221 von unserem Community Partner Clan Rabe. Ja, ich bin gespannt. Auf der Karte Paris. IS-7 habe ich auch schon oft genug vorgestellt. Ganz kurz noch zur Überwaffnung. 130 Millimeter, 250 Durchschlag, 500 Schaden und 300 Durchschlag mit 500 Schaden. Ungefähr, kann man immer so sagen. Mit, ähm, APCR. APCR. So, machen wir mal die Karte ein bisschen größer. So, und da oben, das passt alles. Er geht in die Position, in die ich mich am liebsten abstelle. Mit dem IS-7. Das ist einfach ein geiles Plätzchen. Und dann kommen da oben die Sportsfreunde runter. Oder stellen sich da hinten an der Häuserfront auf. Na, so stehst du jetzt natürlich nicht gut. Das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut. Aber den ersten hat er schon mal abgewehrt vom Gruppakonk. Oh, 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 oh. Wie steht er jetzt da? Ey, jetzt steht er natürlich extrem. Zieh euch das doch mal rein. Da hab ich aber auch noch nicht gestanden. Ah, dort zu schießen ist natürlich jetzt schlecht. Genau, ich hatte auch... Oh, der ist spatzvoll. Er ist im Übrigen hier top tier in einem 10er, 9er, 8er Match. Oh, das ist natürlich... Megageil. Oh Gott, mein Freund. Oh, da hat er tatsächlich mal eine Grit und zwar vom T30 aus dem Hintergrund. Aber wir haben schon 2800 abgewehrt. Und 1400 selber gemacht. 3000 abgewehrt. Und zieht der da immer hin? Ey, 4000 abgewehrt. Und da ist der E-75 raus. Und da steht hier halt eben einfach nur genial. Aber der Superkonkerer, Vorsicht, der fährt da in die Flanke rin. Vorsicht. Auf der Karte, achten. Auf der Karte, achten. Ja, da ist der Superkonkerer. Aber der hat Probleme mit der Badjet. Schön, 4-6 abgewehrt. 4-1. Da kriegt nix zum Ballern. Dem kann er nur die Kette ziehen. Das ist natürlich nix. Am besten warten. Bis der WZ zurücksetzt. Oh, jetzt kommt der. Oh, 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 oh. Ah, dem hätte ich vorne auf das Kettenrad geschossen. Auf die Ecke. 2-8 gemacht. 4-6 abgewehrt. Das Räubchen. Oh, schade. 5100. 5100. Abgewehrt. Und der Spotsfreund in dem WZ will jetzt einfach nicht, was er machen soll, glaube ich. Jetzt das Skorpion. Schön. 3300 gemacht und jetzt greift er an. Jetzt geht er in die Offensive. Und weiter wird abgewehrt. 5-6. 3-8 selber gemacht. Und weiter. 5-7 abgewehrt. Und rausgeholt. Zwoter Kill. 4200 gemacht. 5700 abgewehrt. Aber der Fahrer hat er nie abgritt. Der Fahrer hat er nie abgritt. Dritter Kill. Klasse. Klasse gespielt bis hierhin. 4200. Selber gemacht. 5780 abgewehrt. 805 ermöglicht. Und noch ist das Ding nicht durch. Aber jetzt. So langsam aber sicher. Bounce da noch eine vom... Ne, aber nicht. Oh, schade. Hat war ein bisschen zu überhastet. Und jetzt würde ich sagen. Ist so langsam aber sicher. Der Case Guess. Die Bier ist geschält. IS-7. Stahlwand Power war das doch auf jeden Fall. Super positioniert. Und für dieses Motto. Optimal. Einen. Ja. Optimal eingesetzt. Den Panzer. Sagen wir es mal so. Einen Panzer. Toll eingesetzt. Wollte ich eigentlich sagen. Na ja. Hat er gut gemacht. Klasse. Und dazu noch 4200 Schaden selber gemacht. Geile Runde. Da geht's. Och die Arti holt ihn doch noch. Das ist Wahnsinn. Gutchen, Freunde. Das war's. Das war Stahlwand Folge 2. Mit dem Potschkiss. Und mit der IS-7. Oder mit dem IS-7. Besser gesagt. Ich sage. Der IS-7 hilft es ja. Und ja. Ich habe mich gefreut, dass er zugeguckt hat. Dann lassen einen Daumen daumen. Wir gehen in die Auswertung. Und da haben wir sie. Die Auswertung. Auch hier ist es kein Panzer. Es ist nur nirgendwo als erstes Gläschen. Es ist gerade mal zweites Gläschen. Und wie wird The Broken jetzt sein? Da kann ich vorwärts und rückwärts fahren. Und ich kann nur rechts und links gucken. Oder ernstlich. So hat er immer gesagt. Stahlwand. 3 Kills. 4200 Schaden gemacht. Und 5700 Schaden abgewehrt. Und dann gehen die hier 8 Uhr. Zweite Klasse her. Also das wäre mindestens vorerstes Gläschen gewesen. Hat er meiner Meinung nach klasse gespielt. Auf Paris. Detaillierte Auswertung. 13. Schuss. 11. Treffer. 10. Mal die Panzerung durchhämmert. Auch hier das Match. Nur gute 5 Minuten. 20 Sekunden. Tagessieg. Ingetütet. Und am Ende noch mit Plus rausgegangen. So muss es in dem 10er Match. Dann macht es auch Sinn. 1050 Erfahrungspunkte. Der hat The Tank gemacht. Und vom Schaden her war auch der Stärkste beider Teams. Super. Hat mir gefallen. Beide Runden haben mir gefallen. Deswegen auch im Stahlwand Modus von mir aus erwählt. Und wen haben wir hier dabei gehabt? Konnte mal hier jemanden erkennen? Nee. The Boba. Oh Gott, oh Gott. Nee. Die Welker Polska. Die Imperatore. Nee. Keinen. Ich bedanke mich. Auch bei The Tank. Vom Clan Rabe. Für dieses schöne Ründchen. Und wir sehen uns Freunde. Es geht immer weiter. Weiter. Weiter.